Drehst du dich manchmal um und fragst dich, was habe ich gerade falsch gemacht und diese eine Frau, die gerade noch da stand, von der du gehofft hast, dass sie dich mag, ach Gott, da hast du bestimmt jetzt alles wieder verbockt. Die Gedanken, die du dann hast, die drehen sich alle darum, dass du Fehler machen könntest. Aber mein Lieber, die eigentlichen Fehler, diese Charisma-Totsünden, die sind ziemlich leicht zu ergründen und die werden wir dir in dieser Folge mitgeben. Herzlich Willkommen im Freundinnen finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Der Podcast für Männer mit Herz. Mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Vanave. Jawohl. Und in diesem Podcast, in dieser Folge schauen wir uns die drei größten dieser Todsünden an. Korrekt. Und zeigen dir auch ganz genau, was du tun musst, um sie zu vermeiden, damit du auch direkt charismatischer, attraktiver auf Frauen, auf deine Umgebung wirkst. Deswegen lass uns direkt reinspringen. Stehst du manchmal im selben Raum wie eine wunderschöne Frau, mit der du unbedingt eigentlich gerne sprechen würdest und zwar abseits der ganzen anderen, damit die Augen nicht auf euch sind und du in aller Ruhe mit ihr die Zeit genießen kannst, sie kennenlernen kannst, vielleicht in die Tiefe gehen kannst und dass sich daraus dann eine intime, persönliche und romantische Beziehung entwickelt. Aber, aber, das große Aber ist, dein Kopf spielt nicht mit. Dein Kopf sagt dir, was soll ich nur machen, damit sie mich mag? Was soll ich nur machen, damit sie mich nicht kacke findet? Und, was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich meine Hände halten? Sehe ich überhaupt heute gut aus? Mag sie mich überhaupt? Und so weiter und so fort. Unser Kopf spielt, wenn wir solche schönen Gedanken haben, oft nicht mit. Und ist, wenn wir mal ehrlich sind, manchmal auch unser größter Feind in dem Moment. Er hält uns genau davon ab, das zu tun, was wir eigentlich machen möchten, frei fließend, charismatisch auf die Frau loszugehen. Na, wenn das passiert, mein Lieber, dann bist du gefangen in einer der Charisma-Totsünden. Wenn du so verkopfst und glaubst, ich muss noch so viel richtig machen, ich muss all diese Fehler vermeiden, dann bist du nicht präsent. Das bedeutet, die erste Charisma-Totsünde ist mangelnde Präsenz. Ja, gerade diese Todsünde, da sind so viele der Männer, die wir betreuen, die zu uns kommen, ins Coaching, bevor sie zu uns ins Coaching kommen, schuldig. Ja, also dieses Zerdenken, das Überdenken, das, ja, eigentlich ist Zerdenken schon das perfekte Wort dafür. Und sobald wir denken, sind wir nicht mehr präsent. Du kennst das selber, wenn du vor dieser Frau stehst und so weiter und du denkst über etwas nach. Du denkst darüber nach, was du als nächstes sagen möchtest. Du wirst nicht mehr den Boden unter deinen Füßen fühlen. Du wirst nicht mehr fühlen, wer alles um dich ist. Du wirst nicht mehr im Hier und Jetzt sein. Die Verbindung zu dir ist dann nicht mehr möglich, weil du nicht mehr da bist. Du bist irgendwo in deiner Fantasie. Du bist irgendwo in deiner Kreation, in deinem Kopf, die du dir hergestellt hast. Und Präsenz, das ist halt so, das sagt halt auch schon aus, wo wir sein müssen. Also Präsenz ist halt, du kennst das vielleicht aus dem Deutschunterricht vom Wort Präsenz, also Gegenwart. Hier und Jetzt. Mangelnde Präsenz bedeutet, dass du nicht im Hier und Jetzt bist, sondern dass du dir irgendetwas in deinem Kopf zusammenspinnst. Die Zukunft oder die Vergangenheit. Zukunft oder Vergangenheit. Unser Denken ist niemals im Hier und Jetzt. Unser Denken ist immer nur Zukunft oder Vergangenheit. Weil das Hier und Jetzt ist so kurz, dass ein Gedanke in der Zeit sich gar nicht formen könnte. Und die Gedanken, die du dann hast, ist, was mache ich als nächstes? Wie war das damals? Der einzige Gedanke, den du haben könntest, an dieser Stelle wäre, los geht's, okay. Das wären so, das wären, und das sind halt schon Emotionen, die du damit hast. Emotionen, die du spürst und Emotionen, die dich vorantreiben. Oder auch ein Gedanke wäre dann natürlich, oh nein. Nein, aber die sind halt auch entsprechend emotional gefärbt. Und die mangelnde Präsenz kommt entsprechend davon, dass du dir Sorgen machst. Und die deutsche Sprache ist so fantastisch, so präzise, was das angeht. Du machst dir Sorgen. Wer macht sich Sorgen? Du machst dir Sorgen. Was machst du mit den Sorgen? Du machst sie. Das ist ein aktiver Prozess. Niemand zwingt dich dazu. Die Sorge kommt nicht irgendwie von hinten an und überrascht dich und sagt, hier, Überraschung, ich bin deine Sorgen, lass auf eine Reise gehen. Sondern du machst dir die aktiv. Du setzt dich irgendwo hin und zwölf Stunden lang machst du dir Sorgen. Du machst dir Probleme. Ich habe das jetzt ein bisschen weiter ausgefleischt und du hast es nach dem ersten Satz schon verstanden. Rational, aber nicht emotional. Diese Sorgen, die du dir machst, was du sagen solltest und so weiter. Das ist alles in deinem Kopf. Das ist alles Zukunftsprojektion, dass du das Falsche sagen könntest. Dass du generell, und wenn wir uns entsprechend uns vorstellen, dass ich das Falsche sage, dann sage ich damit, dass die Person, die das sagt, ja falsch sein muss. Die richtige Person kann ja nicht das Falsche sagen, sondern ich muss ja als Person falsch sein. Das heißt, ich bin nicht gut genug. Und wenn sie das herausfindet, dass ich nicht gut genug bin, dann bekomme ich, was auch immer, Ärger? Keine Ahnung. Was ist dein Worst-Case-Szenario? Darüber machst du dir halt auch keine Sorgen. Darüber machst du dir halt entsprechend keine Sorgen, keine Gedanken. Wenn du das machen würdest, würdest du herausfinden, dass es wahnsinnig absurd ist. Darüber haben wir auch vor einigen Wochen eine Podcast-Folge gemacht über Worst-Case-Szenarien zu Ende denken. Und die andere Hälfte entsprechend der mangelnde Präsenz ist in der Vergangenheit schwelgen und sich die Probleme aus der Vergangenheit wieder hervorziehen. Bald in der Vergangenheit wurdest du schon abgelehnt von einer Frau wie ihr oder vielleicht sogar von ihr. Das heißt, das wird heute genauso wieder passieren. In der Vergangenheit hast du mal nach deinem Herzen gehandelt und hast mal gemacht, wonach dir der Sinn stand. Und dann wurdest du ausgelacht in der Schule oder was auch immer. Und wurdest gehändelt, wurdest gemobbt. Und weil das damals so war, muss das ja auch heute so sein. Und deswegen bist du nervös. Deswegen machst du dir auch diese Nervosität. Und bist dann entsprechend nicht präsent. Und Nervosität ist eine Form von Angst. Offensichtlich. Wahrscheinlich nichts Neues für dich. Also du hast eine Form von Angst. Du hast eine Angst vor Ablehnung, was auch immer. Aber du hast entsprechend eine Angst. Und Angst ist damit verknüpft, dass wir uns Sorgen um unser Wohlergehen machen. Unser Wohlbefinden machen. Das heißt, du hast Angst vor der Frau oder Angst abgelehnt zu werden. Und das ist direkt damit verknüpft, wenn wir ein paar Ebenen tiefer gehen mit der Angst vor deiner Nicht-Existenz, vor deinem Tod. Und diese Sorge, die du dir machst, diese Angst davor, die entstammt aus, ja, entsprechend aus der Erfahrung aus deiner Vergangenheit, die du auf deine Zukunft projizierst. Und diese, um diese Angst zu überwinden oder um diese Angst zu kontrollieren, rutschst du in deinen Kopf und malst die Szenarien aus, die dich in irgendeiner Form sicher fühlen lassen. Also das Zerdenken, um es mal kurz auszudrücken, das Zerdenken ist im Prinzip, also das Zerdenken von einer Situation, ist im Prinzip nur dein Kopf, der versucht, dein Herz zu schützen. Und deswegen ist auch Angst, das sagen wir auch sehr häufig hier in den Podcasts, Angst das Gegenteil von Liebe. Weil wenn du in der Liebe wärst, in deinem Herz wärst, wärst du im Hier und Jetzt. Dann bist du präsent. Dann bist du emotional. Und dann können auch Menschen mit dir was anfangen. Weil du bist keine Excel-Datei und bist halt keine, 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 ja, eine Excel-Datei, keine Zahlenreihenfolge, wo Menschen sich dann rational mit dir irgendwie verbinden können und dich verstehen können, was in deiner Tabelle steht. Sondern wir wollen Menschen erfahren. Wir wollen Menschen sehen. Deswegen schaust du und hörst du auch diesen Podcast. Du würdest diesen Podcast nicht hören, wenn wir einfach nur ein weißes Bild hier hätten, so einfach nur eine weiße Wand und unsere Stimmen einfach nur komplett monoton wären. Dann würdest du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören, weil da einfach ganz wenig oder überhaupt keine Emotion rüberkommt. Das ist super langweilig. Also langweilig aus dem Grund, weil da keine Emotion stattfindet, keine Verbindung stattfindet. Das ist nicht präsent. Wir können damit nichts anfangen. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass, wir haben vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge gemacht, wenn du nach der Arbeit zu K.O. bist, um Frauen kennenzulernen. Und es ist ja ein gängiges Problem. Dieses, ich fühle mich so erschöpft. Meine Arbeit laugt mich so sehr aus. Aber es ist ja nicht nur die Arbeit. Also vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Wenn du viel arbeitest, dann bist du ausgelaugter, als wenn du viel arbeitest und regelmäßig Sport machst. Weil der Sport, den du regelmäßig machst, der bringt dich mental auf eine lockere, leichtherzigere Ebene, mit der dein Alltag einfach entspannter bewältigt wird, obwohl es eigentlich von der Arbeitslast gleich ist. Also du verbringst mehr Zeit damit, Dinge zu tun. Du machst jetzt Sport und Arbeit, aber es fällt dir leichter, als wenn du nur arbeiten würdest. Und das ist verrückt, weil dieses Paradoxon, das müssen wir erstmal auflösen, wenn du nämlich nur die ganze Zeit Probleme löst und nicht im Flow bist. Weil, was ist das Gegenteil von im Kopf zu sein, in seinen eigenen Gedanken zu sein? Das Gegenteil davon ist, im Körper zu sein, zu machen, im Flow zu sein. Nicht nachzudenken, sondern zu handeln, sich zu spüren, die Umgebung zu spüren. Das bedeutet es, im Körper zu sein. Und deswegen hilft ja Sport so sehr dabei, dass du aus dem Kopf in den Körper kommst und weniger Sorgen hast. Aber was noch viel tiefer da drin liegt, ist, wenn du den ganzen Tag über damit beschäftigt bist, fiktive Probleme in deinem Kopf zu lösen, wie, was mache ich, wenn sie mich nicht mag? Mag sie mich überhaupt? Was soll ich jetzt tun? Warum hat sie mir noch nicht geantwortet? Ich bin schon wieder der Letzte an der Reihe, was diese Frau angeht. Sie mag doch bestimmt wieder diesen anderen Kollegen. Guck mal, bei dem, da lacht sie und bei mir, mich ignoriert sie. All diese fiktiven Szenarien, die du dir im Kopf machst, von denen du keine Bestätigung der Realität hast, diese Bestätigung, die machst du dir im Kopf, weil du dann Gründe findest im Internet, die dann vielleicht lauten, ja, Frauen mögen halt nur extrovertierte, gutaussehende Typen oder was auch immer. Oder große Typen oder sowas. Und dann findest du Begründungen, die alle in deinem Kopf schweben und versuchst, Probleme zu lösen, die einfach nicht in der echten Welt existieren. So häufig haben wir in der Charisma-Analyse mit Männern gesprochen, die danach in unser Coaching kamen und die dann aus derselben Situation am Arbeitsplatz, wo diese eine Kollegin einfach nie mit ihnen geredet hat, daraus auf einmal Magie entstehen haben lassen, weil sie dann mehr Kontakt mit der Arbeitskollegin aufgebaut haben, leichtherziger waren, mehr geflirtet haben und zum Schluss hat die Arbeitskollegin immer ihre Nähe gesucht. Und dieser Mann war dann auf einmal der Mittelpunkt der Welt für diese eine Frau. Das ist so häufig passiert, dass es einfach evident ist, wie krass wir uns selber diese Probleme im Kopf machen. Und wenn wir damit aufhören und uns nicht mehr von unserem eigenen Kopf überzeugen lassen, dass diese Probleme alle da sind, sondern in der echten Welt Erfahrungen sammeln, dann findest du oft genug heraus, das war eigentlich Schwachsinn, war eigentlich Bullshit, ist sowieso alles Case by Case, deswegen macht auch Rassismus keinen Sinn, weil es sowieso immer Case by Case ist. So, du kannst nicht, also ich will hier nicht mit der Moralkeule schwingen. Es ist einfach unlogisch zu sagen, alle X sind Y. Das macht nie Sinn, weil wir sind einfach viel zu komplex. Man kann in manchen Hinsichten kann man vielleicht manchmal sagen, hey, tendenziell haben Männer zum Beispiel Fettablagerungen am Körper, die sind mehr am Bauch. Und Frauen haben tendenziell Fettablagerungen, die sind am Körper, mehr in den Beinen und am Hintern. Ja, klar, biologisch kann man das vergleichen, kann man sagen, tendenziell ist das so. Aber trotzdem ist das immer Case by Case. Du musst trotzdem immer den Einzelfall angucken. Und wenn du sagst, ja, in meiner Vergangenheit, da haben die ganzen Frauen immer den Assi gewollt und den Arsch, aber haben nicht mich, den netten Kerl, ausgesucht, Frauen stehen dementsprechend nur auf Arschlöcher. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Du abstrahierst dann eine Regel aufgrund von ein paar Einzelcases, Einzelfällen. Und das ist Schwachsinn. Wie kommt echtes Selbstvertrauen zustande? Und wenn du immer das Gleiche gemacht hast. Ja, natürlich. Und wenn du halt auch immer das Gleiche gemacht hast. Genau. Und dadurch kannst du natürlich auch immer nur dasselbe Ergebnis bekommen. Du hast nie dein Verhalten geändert und hast mal wirklich analysiert, was mache ich eigentlich verkehrt? Wo liegt denn der Hase im Pfeffer begraben? Und das bedeutet, dass du vielleicht auch mal das Verhalten anschaust, das auf Angst begründet ist. Nicht das Verhalten, das auf mangelnder Stärke, Geld, Aussehen oder sonst irgendein Bullshit begründet ist. Sondern einfach nur, hey, ich bin ein zu großer Schisser. Ich gehe nicht auf sie zu. Ich wage nichts. Ich wage es nicht zum Beispiel mal, ihr vor die Kante zu stoßen oder mal irgendwas zu sagen, was ein bisschen riskant ist oder so. Oder auch mal meine Bedürfnisse auszudrücken. Oder zu sagen, ja klar stehe ich auf Frauen. Oder über Sex zu reden. All diese Limitationen, die wir im Kopf mal wieder machen. Weil wir reden ja auch gerade mit dir. Genau, und du willst es natürlich nicht verborgen. Und du willst es nicht verlieren. Exakt, genau. Und dann lebst du in der puren Angst. Und da liegt der eigentliche Fehler begraben. In der Angst. Also wie baut sich denn Selbstvertrauen auf? Das kannst du in deinem eigenen Leben erfahren. In welchen Bereichen hast du eine große Expertise? Vielleicht am Arbeitsplatz oder deinem Hobby. Wenn da irgendjemand kommt, der keine Ahnung hat und dir sagen will, wie es läuft. Und du merkst einfach, der hat überhaupt keine Ahnung. Irgendein Außenstehender, der dann meint, ja, ja, das muss man so und so machen. In irgendeinem Gespräch unter Bekannten. Und du weißt, weil du das die ganze Zeit über machst, dass das Nonsens ist, was der Typ da erzählt. Wie hoch ist da dein Selbstvertrauen zu sagen, also nee, ich mache das, das sieht so und so aus. Und dann weißt du einfach, was Phase ist. Weil du es oft genug geübt hast. Dein Selbstvertrauen ist hier situativ aufgrund eines oft geübten Skills, das du gelernt hast. Du hast Sachen immer und immer wieder gemacht. Dadurch hast du Selbstvertrauen in dieser Sache gewonnen. Und dementsprechend weißt du auch, was du sagst. Und genauso ist es dann auch mit Frauen. Wenn du immer wieder dasselbe machst, ja, dann wirst du ein Experte in genau diesem einen Ding. Das heißt, wenn du immer wieder ängstlich nicht zu dir selber stehst, nicht mutig auf sie zugehst, nicht charismatische neue Fertigkeiten dir angewöhnen möchtest, sondern sagst, ja, nee, sie muss doch all meine Stärken schon sehen, auch wenn ich nichts sage und mich zurückziehe. Nö, dann wirst du ein Experte darin und dann kannst du irgendwann ein Buch schreiben, Frauen stehen nur auf Alphas. Und genau das sehen wir immer wieder, das sind die ganzen Kommentatoren hier unten drunter, die sich einfach nicht trauen, die nichts wirklich verändert haben. Und jetzt sind sie Experten in ihrer Misere. Glückwunsch. Es gibt den schönen Buch. Die Dinge, die ich schon experimentiert habe, die sind, gleich Dominik, sorry, die Dinge, die ich schon mit Frauen und in sozialen Situationen experimentiert habe, wo ich wirklich herausgefunden habe, okay, so komme ich arrogant rüber, so komme ich total liebenswürdig rüber, so komme ich total begehrt rüber und so bin ich nur der neue beste Freund. Und das habe ich alles erfahren an der echten Welt. Ich habe mir dafür fünf Jahre beiseite gelegt und habe gesagt, das werde ich jetzt lernen. Für die nächsten fünf Jahre lerne ich das. Ich will endlich verstehen, wieso ich immer nur bei Frauen der beste Freund bin. Das habe ich mir mit Anfang 20 gesagt. Die nächsten fünf Jahre sind voll und ganz denen gewidmet. Und dann habe ich all diese Erfahrungen gesammelt. Das ist der Grund, wieso wir heute darüber sprechen können, mein Lieber. Aus Erfahrung. So, ja, Dominik. Absolut. Das ist der perfekte Punkt. Also einer der Zitate, die mich sofort gecatcht haben, in einem meiner Lieblingsautoren, Wayne Dyer, in seinem Buch Happiness is the Way, sagt er, manche Menschen haben 30 Jahre Erfahrung, während andere ein Jahr Erfahrung 30 Mal haben. Und das ist genau der Punkt. Also wenn du halt immer wieder das Gleiche machst, aber das halt 30 Mal, dann hast du halt dich 29 Mal dafür bestätigt, für die erste Erfahrung, anstatt halt 30 Jahre Erfahrung zu sammeln. Und das ist genau das Ding. Also das ist halt, auf welche Erfahrung greifst du dann zurück. Und da müssen wir auch einfach mal so ein bisschen humble sein. Also einfach mal dann auch, wie Dieter Nuhr damals auch schon gesagt hat, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und einfach mal zuhören, was der Experte zu sagen hat. Aber gut, jeder ist Experte für sein eigenes Leben und jeder weiß besser, wie sein eigenes Leben funktioniert. Ich habe ja noch einen anderen Impuls, den ich gebe, wenn jemand, also wirklich die, den Impuls, den ich am häufigsten gebe, wenn ich diese Verkopftheit bemerke, ist, dass ich dich zurückbringe zu deinem inneren Indiana Jones. Zurückbringe zu dem kleinen Entdecker in dir. Weil, wenn wir davon sprechen, eine schöne Geschichte mit Frauen zu schreiben, darüber habe ich oft geredet, das ist ein prozessorientiertes Ziel. Wenn du eine schöne Geschichte schreiben möchtest und das das Wichtigste ist für dich, dann ist es egal, ob sie jetzt einen Freund hat oder nicht, wenn du sie angesprochen hast, ob du gefragt hast, ob sie Single ist. Weil die schöne Geschichte ist, ich habe eine Frau angesprochen, sie hat gestrahlt, ich habe mit ihr geflirtet, wir haben gelacht und dann habe ich sie gefragt, ob sie Single ist, sie hat Nein gesagt und dann haben wir aber trotzdem noch weitergeredet und wir hatten eine wunderschöne Zeit und dann hat sie gesagt so, ja, also Mann, mach weiter, so tut mir echt leid, aber hm. Und du merkst einfach, wow, sie mag mich richtig, aber sie ist halt vergeben und manchmal ist das einfach so. Dann hast du für diesen Moment eine schöne Geschichte geschrieben, auf die du stolz sein kannst. Und das ist so viel mehr, als auf eine Person zuzugehen mit dem kurzen, endlichen Ziel, also das Ziel, was direkt vor deiner Nase ist, wie zum Beispiel, ich will sie von mir überzeugen, ich will, dass sie mir ihre Nummer gibt, ich will, dass sie mir Aufmerksamkeit schenkt. Das wird nicht funktionieren. Das ist egoistisch und es ist einfach, es ist nicht unabhängig, du bist nicht prozessorientiert, das ist keine emotionale Unabhängigkeit, du bist abhängig vom Resultat und dementsprechend bist du dann auch frustriert, wenn du das Resultat nicht bekommen hast. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, mein Ziel ist eine schöne Geschichte, dann ist es komplett offen, wie diese Geschichte gestaltet wird, weil das Einzige, was zählt, ist, dass du dein Bestes gibst, sie schön zu gestalten, dass du ehrlich bist, dass du mutig bist, dass du authentisch bist. Und diese Dinge führen manchmal zu witzigen Situationen, die führen manchmal zu super romantischen Situationen. Also das ist, was ich zeigen möchte, wenn ich euch auf YouTube zeige, wie ich da mit Frauen auf der Straße spreche. Manchmal läuft es so, manchmal läuft es so, aber ich lächle dabei, weil es für mich eine Freude ist, schöne Geschichten zu schreiben. Und wie ihr auch gesehen habt, entstehen dadurch auch einige schöne Geschichten. Und das ist viel produktiver. Es bringt auch viel mehr Resultate. Das ist es ja, das Verrückte. Es bringt dir viel mehr Resultate, auf den Prozess zu bauen, als auf die Resultate zu bauen. Wenn du nur kleinliche Resultate willst, dann verkrampfst du. Kriegst du gar keine Resultate. Und da loszulassen, zu sagen, hey, ich vertraue jetzt einfach mal auf den Prozess. Ich mache jetzt einfach mal, was die Coaches sagen. Und ich gebe jetzt einfach mal 20 Leuten einen High Five. Mir geht es gut. Oder ich gehe auf die Arbeit und begrüße alle Leute. Oder gib mal heute ein paar Komplimente. Was da passiert, wenn du dich dem Prozess hingibst, ist viel magischer, ist viel potenter. Du kannst viel mehr Situationen danach erschaffen, mit der Frau, auf die du dann stehst, weil du dann schon im Flow bist, weil du dann einfach schon so sozial aufgewärmt bist, dass dann, wenn diese Frau dann da steht, dass du dann einfach weitermachst. Hey, na, wer bist du denn? Wie geht es dir? Und das ist dann ganz natürlich aus dir herausgekommen. Es ist nicht verkrampft, vorbereitet gewesen. Es kommt dann viel mehr aus dir heraus. Das ist, wenn du einen Schneeball anfängst, über die Klippe zu stoßen, dann wird der immer, immer, immer größer, immer größer, immer größer, immer größer. Der nimmt Momentum auf, der nimmt Fahrt auf. Und dieses Momentum, diese Fahrt, bekommst du nur durchs Handeln. Nur wenn wir im Körper sind, nicht im Kopf. Hier oben, da lösen wir fiktive Probleme, die nicht existieren. Darum, schöne Geschichten, beginnen wir mit dem ersten Kapitel der modernen Romantik. Und das ist entdecken. Der Impuls, auf den du hören darfst, wenn du dir die Frage stellst, mag sie mich? Ist sie wohl Single? Ist sie wohl Single? Sind die beiden befreundet? Habe ich überhaupt eine Chance bei ihr? Der Impuls, den du da folgen darfst, ist, ich finde es jetzt einfach mal heraus. Herausfinden ist so unschuldig, ist so schön prozessorientiert, dass es dich wegbringt von dem ganzen, oh, ich darf keine Fehler machen. Weil Fehler gibt es nicht. Verurteilungen. Verurteilungen, ja. Fehler kann man nicht machen, wenn man Sachen herausfindet. Das ist unmöglich. Du versuchst etwas herauszufinden, was du noch nicht weißt. Der Fehler wäre ja eben, wenn du so tust, als ob du es schon weißt und es halt falsch ist. Aber wenn du es nicht weißt und du dann halt erst mal nachfragst, da gibt es keinen Fehler. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Und die tollste Frage der Welt ist, hi, wer bist du denn? Schönste Frage der Welt. So lernst du jemanden Neues kennen. Und all die weiteren Informationen, ist die Single, magst du mich, magst du mich nicht? Meine Güte, was glaubst du denn, wieso ich so plump manchmal flirte? Ich frage einfach, findest du mich eigentlich attraktiv? Weil ich es herausfinden wollte. Kann man doch nicht fragen, Andi. Ja, klar kann man das fragen. Es ist tausendmal besser, als so nervös zu sein, dass du dir in die Hosen machst und danach gehst und sagst, oh, hätte ich doch nur. Also lieber schreibe ich eine schöne Geschichte, auf die ich stolz sein kann und habe zu mir selber gestanden und finde heraus, ob sie mich mag. Und siehe da, super oft hat sie dann gesagt, äh, ja. Okay. Also lass uns herausfinden, Case by Case, ne? Das nimmt halt auch entsprechend genau dieses, ähm, das Egoistische, was wir gerade angesprochen haben, raus. So das, was soll ich jetzt tun? Ähm, was ist das Richtige, was ich jetzt gerade sagen sollte? Und so weiter. Steht sie auf mich? Wie kann ich, was kann ich tun, damit ich es nicht schon wieder vermassel? Und so weiter. Das ist halt alles ich bezogen. so, was soll ich tun? Ähm, anstatt halt, ne, herauszufinden. So, wenn du es besser wissen wüsst, wenn du es besser wissen würdest, würdest du es auch besser machen. So, aber du weißt es halt gar nicht besser, deswegen findest du es heraus. So, da ist keine, keine Schande dabei, keine Scham dabei. Wir glauben halt sehr häufig, dass, dass die Frau halt alle schon weiß, dass die Frau halt so, weil wir, wir nehmen unseren Erfolg bei Frauen wahr, unsere, wir haben halt Daten über unser gesamtes Leben bisher und haben dann vielleicht nicht so den Erfolg bei Frauen gehabt, den wir gerne gehabt hätten und glauben dann, weil wir halt so wenig haben, ist halt, und, und halt anscheinend nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, muss im Gegensatz die Frau das ja dann wissen. So, sie muss ja dann allwissend darin sein und wir dürfen halt keinen Fehler vor der göttlichen Weiblichkeit machen und das, dadurch entsteht halt dieser ganze, dieser ganze Stress, das, also Stress, das Zerdenken, dass wir halt bloß nichts Falsches sagen dürfen, wir müssen perfekt vorbereitet sein und dann denken wir halt auch, wie, wie Andi, wie du es gerade schon gesagt hast, so, wir denken halt so drei Schritte auch schon weiter, so, machen uns Probleme, die noch gar nicht existieren. So, oftmals bekommen wir einfach die Frage gestellt, so, von, von jemandem, der gerade vielleicht angefangen hat, Frauen anzusprechen, was mache ich denn, wenn sie nicht auf dem Date erscheint? Ja, aber hast du denn schon ein Date? Nee. Ja, das ist, was ich meine mit, ich habe glaube ich den Kreis noch gar nicht geschlossen, wieso du dann so, 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 so schlapp und energielos durch den Tag gehst, ist kein Wunder, weil du den ganzen Tag über Probleme gelöst hast, in deinem Kopf, die gar nicht existieren. Also, da ist kein Wunder, dass dann, wenn es dann darum geht, auf eine Frau zuzugehen, bist du so, boah, ich kann nicht mehr. Kein Wunder, du hast gerade schon deine ganzen Gehirnzellen verschwendet für nicht existierende Gehirn, Pfürze. Also, das ist wirklich eine energetische Frage, ist doch klar, dass dann dein, da einfach dein Sprit, dein Akku leer ist und erschöpft ist. Du hast super viele krasse, komplexe Probleme gelöst, nur waren sie halt leider nicht reell. als du sie gelöst hast überhaupt. Es ist ja auch häufig so, dass wir, ich beschreibe das ganz gerne mit so einem, mit dem Kreis, den wir nicht schließen. Unser Gehirn mag es nicht, nicht geschlossene Kreise zu haben. Und deswegen sagen wir auch im Englischen Closure bekommen, also Closure, ja den Closure, wenn wir, also den Abschluss bekommen nach einer Beziehung oder sowas. Und Closure ist halt eher so das, das passendere Wort dafür, weil es halt Schließen ist, von Close, Schließen. Und wir schließen den Kreis in einer Sache und dann brauchen wir dafür keine mentale Aufmerksamkeit mehr. Wir verwenden keine Energie, also bewusste Energie da drauf, also Lebensenergie da drauf. Und also damit auch Zeit da drauf. Sondern wir haben, so der Kreis ist geschlossen, unser Gehirn muss dann nicht mehr hinschauen und versuchen den Kreis zu schließen, zu antizipieren, wie das wohl aussieht, wenn der Kreis geschlossen ist. Und was es halt dann immer macht, es halt versucht den Kreis zu schließen, aber da das einfach nur ein mentales Konstrukt ist oder eine Vorstellung davon, was wäre, was wir tun könnten, um den Kreis zu schließen. Der Kreis bleibt halt immer offen, weil sich selbst das Problem irgendwie zu Ende zu denken, sorgt halt nicht dafür, dass das Problem tatsächlich gelöst ist. Was tatsächlich dafür sorgt, dass das Problem gelöst ist, ist von dem Problem, sich loszulösen, zu akzeptieren, dass die Dinge gerade so sind, wie sie sind und es ziehen zu lassen, es loszulassen und wieder sich aus hier und jetzt zu besinnen und zu schauen, was ist eigentlich gerade das, was ich machen möchte. Ja, ich habe da einen Vergleich, den ich hier gerne schließen möchte, weil dieses Akzeptieren ist der erste Schritt. Erstmal Präsenz bedeutet, erst mal alles so annehmen, wie es wirklich ist, wie es wirklich ist. Das heißt nicht, sie mag mich nicht, das heißt nicht, ich habe es verkackt. Nein, nein, nein. Das heißt auch nicht, dass sie mich jetzt ignoriert, weil sie keine Interessen hat. Genau, das ist alles im Kopf. Nein, erst mal alles gut, ich lebe noch, ich weiß einfach nicht, ich weiß es nicht, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken, ich weiß gerade nichts über sie oder wie sie zu mir steht. Ich weiß es einfach nicht. Alles andere sind Interpretationen. Und in dieser Erkenntnis, dass, hey, alles ist offen, so in diesem Case, in diesem Fall ist alles offen. So, ich weiß einfach noch gar nichts. Jetzt den Moment zu nutzen, diese Welle, die gerade der Moment ist, dann zu reiten, das bedeutet es dann, im Flow zu sein. Das bedeutet, genau das zu tun, was der Moment von dir abverlangt, was der Moment gerade braucht. Und was der Moment meistens gerade braucht, ist viel direkter, als unser Kopf denkt. Unser Kopf denkt dann, wie kann ich sie ansprechen, vielleicht könnte ich sie ja auf diese Halskette ansprechen, wo sie die gekauft hat oder sie hat dann eine Tüte vom Douglas. Das ist viel zu komplex. Das ist nicht, was der Moment gerade braucht. Das finde ich halt auch nicht. Ja, ja. Das ist auch inauthentisch. Das, was der Moment gerade braucht, um im Flow zu sein, ist zunächst mal einfach nur Bewegung. Also, geh. Geh auf sie zu. Komm in den Flow. So. Und danach ist das, was am natürlichsten aus dir rauskommt, meistens ein Hallo. Und es funktioniert auch tausendmal besser, als irgendein Kommentar auf das, was sie hat. Was ist danach der nächste Moment, der kommen wird? Der nächste Moment, der dann präsent ist, ist, dass sie sich umdreht, dich anschaut und erst mal nichts sagt. Was ist jetzt der nächste Moment? Was ist er jetzt? Was sollst du jetzt tun? Die Antwort ist nichts. Mein Lieber, du musst nicht immer was tun. Du hast Hallo gesagt, jetzt schaut sie dich an. Du kannst diesen Moment genießen. Eine wunderschöne Frau steht vor dir. Hey, also wenn das nicht zu genießen ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich etwas genieße, dann lächle ich meistens. Also, ich sehe sie, ich genieße den Anblick. Ich lächle und was passiert dann? Dann wird sie dem Moment folgen. Sie wird im Flow sein, sie wird die Welle reiten und wird Hallo zurücksagen. Und dann kann ein Gespräch beginnen. Darum sprechen wir von Vakuum. Das ist dieser Moment, dieser luftleere Raum, wo niemand was sagt. Wo Anziehung überhaupt entstehen kann, ist nur, wenn keiner es mit Geplapper füllt. Guter Augenkontakt bedeutet genau das. Und genauso entstehen die wunderschönsten Momente zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau. Völlig egal. Es sind diese Momente, in denen du den Moment nutzt, anfängst zu handeln und dann den simpelsten Weg gehst. Hi. Schaut sich dich an. Hi. Ich bin Andi, wer bist du denn? So, das kam jetzt gerade spontan aus mir raus. Das funktioniert tausendmal besser als die ganzen Pläne, die wir mit unserem Kopf schmieden, die nicht real sind. So, zwei Stufen. Den Moment erkennen, wie er wirklich ist und dann den Moment reiten. Wenn du aus dem Fenster guckst und es ist schönes Wetter und dich überkommt, hey, ich würde gerne einen Spaziergang machen, dann reitest du die Welle des Moments. Du siehst, oh, da ist die Sonne, ich rieche förmlich in Frühling, ich will nach draußen. Es zieht dich förmlich nach draußen und du musst nicht viel nachdenken. Du ziehst dir die Schuhe an, gehst nach draußen und gehst spazieren. Das ist derselbe Sorg, von dem wir sprechen. Das passiert, wenn wir nicht so viel nachdenken. Weißt du? Wir können jetzt aber, es sei denn, du hast noch einen Punkt dazu, dann habe ich eine wunderschöne Einleitung zur nächsten Charisma, Todsünde, Dominik. Es sei denn, du hast noch einen Punkt. lass überleiten. Okay. So, passt. Jetzt haben wir ganz viele schöne Szenarien gemalt. Und jetzt könntest du, wenn du uns vertraust, sagen, wow, das hört sich total schön an, diesem Prozess möchte ich vertrauen, ich möchte es probieren. Aber was ist, wenn du uns noch nicht so vertraust? Wenn du denkst, ja, das sind zwar alles schöne Szenarien, aber ich habe das in meiner Vergangenheit, Entschuldigung, ich habe das in meiner Vergangenheit anders gesehen und anders erfahren. Wenn ich auf eine Frau zugegangen bin, dann hatte sie kein Interesse und hat geekelt den Kopf weggedreht. So, Andi, was jetzt? Okay, das war dieser eine Fall, den du jetzt im Kopf hast und den du jetzt für alle weiteren Fälle als Referenzpunkt nimmst. Der erste Fehler ist da natürlich, du hast nicht genug Referenzpunkte, du hast es nicht hunderte von Malen gemacht oder tausende von Malen gemacht wie ich, sondern eben nur ein, zwei Mal. Und selbst wenn es ein Dutzend Mal war, es ist einfach nichts, es ist einfach ein Witz, wirklich, es ist einfach keine Zahl. Ich habe neulich mit einem Mann geredet, er hat gesagt, ja, Andi, ich war am ganzen Abend unterwegs und ich kam irgendwie nicht rein, ich habe vier Leuten ein Kompliment gegeben und ja, ich war da irgendwie fünf Stunden und alter, in fünf Stunden hast du vier Leuten ein Kompliment gegeben? Das sitze ich auf einer halben Arschbacke ab innerhalb von drei Minuten. Also so, natürlich kommen wir dann nicht in den Flow, wenn wir im Kopf uns verbringen, die Zeit verbringen und dann verkrampft versuchen, doch noch irgendwas zu tun. Nein. Wenn du einen schlechten Abend hast oder einen schlechten Tag hast, dann hat der schlechte Tag schon längst begonnen, als du aufgestanden bist, weil du nicht den Tag in Leichtigkeit begonnen hast, weil du nicht dein Spiegelbild angeschaut hast und gelächelt hast und gesagt hast, ey, das wird ein guter Tag. Ja. Übrigens, wenn du auch einer dieser Männer sein möchtest, mit dem wir sprechen, bei dem wir uns ganz genau anschauen, was dein nächster Schritt ist, woran es liegt, was deine großen Blockaden und Hindernisse und Türen sind, warum du noch nicht da bist, wo du sein möchtest, dann hört Analyse.de, korrekt. Ja, mein Lieber, diese Negativität des Annehmens, dass es sowieso schlecht wird, weil du es einmal als, oder mehrmals, von mir aus auch hundertmal schlechte Erfahrungen gemacht hast, diese Negativität, die du dann auf die nächste Situation projizierst und dann eine Annahme machst, wie negativ diese nächste Situation sein wird, ist der nächste Charisma-Fehler, die nächste Todsünde deines Charismas. Es ist nicht angebracht, weil jede Situation ist eine neue Situation. Du kennst diese Frau nicht vor dir, kennst die Situation nicht, du hast sie noch nicht oft genug erlebt und wenn, dann hast du eben immer wieder diese Empfehler gemacht. Das heißt, es gilt mal, irgendwas Neues zu probieren. Und zweitens, diese Annahme ist so ein Gedankenvirus, der für die nächsten Male sich so ausbreitet, dass du mit einer Mine auf die Frau zugehst, die so selbstdefetistisch ist, weil du sowieso davon ausgehst, dass sie dich nicht mag, dass sie nicht anderes kann, als dich nicht zu mögen. Ist doch klar, wenn du dich selber nicht magst und dann hingehst und so Hi, du siehst echt schön aus. Du, da würde ich auch sagen, danke schön und ich würde mich umdrehen und weggehen, weil da würde ich mich nicht wohlfühlen. Das ist Unbehagen, das ist meine Güte. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. So wie du dich fühlst, fühlt sich auch dein Gegenüber in einem sozialen Kontext. Wenn du dich mies fühlst, dann wird auch dein Gegenüber sich mies fühlen und darauf hat keiner Bock. Dann geht er weg. Dann sagt er, das ist mir zu komisch, ich gehe jetzt. Und darum ist die Negativität, dieser emotionale Zustand, wird auch super, super falsch eingeschätzt, wie negativ wir eigentlich sind. Viele denken so, ich bin doch gar nicht so negativ und dann unterhalte ich mich mit ihnen und meine Güte, ein Horrorszenario nach dem anderen. Und Menschen mögen den überhaupt nicht und alle positiven Dinge, wenn er dann was Positives erlebt. Einer unserer Kunden hat zum Beispiel das Feedback bekommen, zweimal, zweimal an unterschiedlichen Malen von Frauen, du bist hier der attraktivste im Raum. Und wenn ich ihn daran erinnere, dann ist das immer so ein, ja, naja. Aber das negative Szenario, wo eine Frau gesagt hat, du, ich mag dich nicht, du bist komisch, das zerfrisst ihn. Da denkt er ewig drüber nach und macht es größer und bauscht es noch weiter auf, bauscht es noch weiter auf. Und da sind wir unfair mit uns selber. Weil wir sind selektiv negativ und selektiv positiv. Aber das Positive, das wählen wir leider nie aus. Wir wählen dann, wir wählen das Negative aus. Wir, wir krallen uns an dem Negativen fest. Um immer wieder auch das Negative bestätigt zu bekommen. Weil das die Geschichte ist, die wir kennen, die wir gewohnt sind. Die, die uns auch Sicherheit gibt. Wie du vorhin gesagt hast, Dominik, denn wenn wir keine Sicherheit haben, dann ist da die Angst vor letztlich dem Tod. Wenn ich nicht das bekomme, was ich immer wieder bekomme, dann könnte es ja irgendwas anderes sein. Ich kenne das nicht. Es ist das Ungewisse. Das Ungewisse macht uns Angst. Also wollen wir es nicht. Also werden wir unser Leben lang, wenn wir nicht diesen Kreislauf unterbrechen, dieselben Resultate bekommen. Weil wir immer wieder das unterbewusst anziehen, was wir kennen. Weil uns das wenigstens ein Gefühl der Gewohnheit gibt. Der Grund, warum selbst wenn das halt das Schlechte ist. Ja. Und das ist, das ist eine, das ist ein Kreislauf, den, den die Menschheit seit, tausenden von Jahren, immer wieder in die nächste Generation weitergibt. Es entstehen immer wieder solche Negativkreisläufe und die geben wir dann an unsere Kinder weiter und die Kinder geben es an ihre Kinder weiter. Es ist total verrückt. Ja. Aus, aus kaputten Beziehungen entstehen Kinder, die dann wiederum kaputte Beziehungen führen. Es sei denn, einer ist stark genug und trennt diesen Kreislauf und sagt, nein, ich habe die Schnauze voll, ich werde es genau anders machen. Und dann hast du es echt mit, mit einer tollen, starken Persönlichkeit zu tun, die eine Entscheidung getroffen hat. Die sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese Persönlichkeit, das ist deine Verantwortung, mein Lieber. Keinen Bock mehr darauf zu haben, diesen negativen Kreislauf weiter fortzutragen und zu sagen, ich mache es jetzt anders. Das ist Selbstwertgefühl. Das ist starkes Selbstwertgefühl, zu sagen, das ist, das ist ein Standard, den ich in meinem Leben nicht mehr akzeptiere. Das ist super. Ja, man. Und es, es hilft, zu verstehen, woher das kommt. Es hilft zu verstehen, dass, dass vielleicht dein Vater oder deine Mutter oder eine andere Respektsperson dir nicht die Aufmerksamkeit oder die, die, die Anerkennung gegeben hat, die du als kleiner Junge gerne gehabt hättest. Und dass wir jetzt zum Beispiel immer wieder diesen, ja, diese Anerkennung nacheifern und versuchen, alles richtig zu machen, um jetzt heute noch Anerkennung zu bekommen von der Vaterfigur oder der Mutterfigur. Da fällt mir auch gerade ein, also ich bin ja, ich bin ja großer Fan von einem unserer Teilnehmer, dem Sascha. Ja, ja, auch eine, eine sehr, ähm, ja, intensive, negativ-intensive Kindheit hatte. Also wirklich von seinen Eltern, ähm, sehr, sehr schlecht behandelt wurde und, ähm, damit auch sehr viel, sehr viel Paket in seinem Leben mit sich rum, äh, rumgeschleppt hat bisher. Und das ist, der hat sich schon in der Zeit, in der wir jetzt schon miteinander arbeiten, einfach so verändert, so einen, so einen positiven, also vom, vom ängstlichen, vom, von einer Person, von einer ängstlichen Person, die an sich zweifelt, zu einer Person, die so positiv ist, so eine, die eine so positive, einen positiven Ausblick auf sein Leben hat, ähm, der einfach, der kommt in den, in den Coaching-Call und, und strahlt über, über beide Backen, also das, das Licht im Raum wird direkt so 100 Lux heller, wenn er in den Raum betritt. Und das ist, das ist so, so geil, so, so geil zu sehen, so faszinierend zu sehen, einfach, weil, weil er auch einfach die Entscheidung getroffen hat. Diese, diese ganze negative, ähm, Vergangenheit, das war einfach. Okay, das, das war, aber das bin ich nicht. Das, das ist, das ist nicht meine Zukunft. Passt. Das, das ist geil. Also, Hammer. Sascha, wenn du das hörst, weiter so. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Das ist, deine, deine eigene Agency. wie sagt man auf Deutsch? Agency. Also deine, deine Verantwortung und deine, nee, das meine ich nicht. Deine, deine Möglichkeiten. Es hat eine positive Konnotierung, diese, diese Form von Agency. Also deine positiven Möglichkeiten und deine, deine, deine direkten Möglichkeiten in jeder Situation, eine schöne Geschichte zu schreiben, ist, ist so um, ist so überall um uns herum. Es ist so irre. Es ist so irre, mein Lieber. Wir hatten jetzt letztes Wochenende die Flirtmasterclass live, ne, für alle Teilnehmer der Flirtmasterclass bei uns im Coaching. Gab es diesen einen Live-Termin, ne, ein Wochenende in Frankfurt. Und, äh, es ist so verrückt, mein Lieber. Es ist so verrückt, wie jedes Mal nach der Flirtmasterclass live fahren die Männer nach Hause und lernen Frauen im Zug kennen. Links und rechts lernen sie Frauen im Zug kennen. Woher kommt das? Wieso? Heißt das, dass, dass, zufälligerweise, magischerweise immer am, am ersten, das, also immer im Quartal, also quasi 1. April, 1. April-Wochenende und dann 1. Juli-Wochenende und so weiter, dass da zufälligerweise die Traumfrauen in den Zügen unterwegs sind? Und das ist immer die Termine, wo wir die FMC live haben? Nein! So, die Situation, die sind auch schon dein ganzes Leben lang um dich herum. Du kannst jetzt schon, ich erzähle immer wieder die Geschichte, gell, wenn ich auf meinem Workshop verlieben in Florenz, am Date Night, am dritten Abend, wenn wir dort rausgehen und ich sage, hey Leute, in 90 Minuten, da wird jeder von euch ein Date haben. Dann sind wir alle auf dem Piazzale Michelangelo und werden die Ausblick genießen und ihr werdet eine Frau neben euch haben und ihr werdet euer Date dort genießen. Nachher gehen wir noch was essen, was trinken, mal schauen. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal hat dort jeder dieser Männer ein Date. Gehen spazieren, manche küssen sich dort schon, manche haben eine innige Umarmung, Doppeldate. Ich denke da gerade an den Giacomo und Tobias, die dann noch so bis um zwei Uhr morgens mit denen noch spazieren gegangen sind und sich so innig umarmt haben. Solche Dinge sind nicht nur möglich, wenn du einen Coach hast oder irgendeinen krassen Workshop machst. Solche Dinge sind die ganze Zeit schon möglich. Für jeden von euch. Für jeden von uns. Ständig um uns herum. Wir leben in einem Äther voller, wunderschöner, potenzieller Geschichten. Und das zu erkennen und dann zu handeln, sich auf den Flow und diese Geschichten einzulassen, auf den Prozess einzulassen, da steckt die Magie. Da steckt die Magie, mein Lieber. Nicht im Wie. Wie mache ich das? Wie kann ich sie von mir überzeugen? Was muss ich jetzt sagen? Was muss ich verhindern? Nee. Nee, 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 mein Lieber. Die Magie, die steckt im Loslassen und im Herausfinden. Im Machen. Ich will einfach nur schauen, wie wird sich diese Geschichte entwickeln. Ich will eine schöne Geschichte schreiben. Das ist mir wichtig. Und dadurch können wir auch loslassen von dem von dem negativen Kreislauf, der uns zurückhält. Weil dadurch zertrennen wir die Gedanken, die im Kopf sind, indem wir ins Handeln kommen. Aber verstehe mich nicht falsch. Das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen wird sich dein Leben verändern und hey, du bist jetzt jemand anders. No. Wir sprechen hier von neuen Gewohnheiten. Das sind Dinge, die du jetzt über die nächsten mindestens Monate immer wieder, immer wieder kultivieren musst, um diese alten Gewohnheiten, diese alten Gedankenströme zu durchtrennen und durch positive zu ersetzen. Und das ist wie jede Gewohnheit. Da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir drauf aufbauen und Stück für Stück. Lass uns vielleicht gerade mal auch Beispiele geben, so wie sich zum Beispiel Negativität in deinem Leben zeigt. Auch wenn du glaubst, du bist ja gar nicht so negativ. Das sind drei große Säulen. Jammern, Rechtfertigungen und Opferhaltung. Das sind so die drei großen Punkte. Wenn du darauf schaust, dass du mal eine Woche nicht mehr jammerst, das ist für die meisten Menschen unmöglich. Und jammern ist nicht nur, mir geht es so schlecht, sondern das Wetter ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Schon wieder so grau, es regnet. Das ist jammern. Und das ist für 99 Prozent der Menschen halt schon krass, gerade in Deutschland, das durchzuhalten. Einfach mal eine Woche. Das Ding ist, wenn wir jammern und sagen so, mir geht es so schlecht und so weiter oder es ist alles gerade so schlimm, dann wollen wir damit Aufmerksamkeit bekommen. Und Aufmerksamkeit, wenn du fleißiger Podcast-Hörer bist, dann weißt du, dass Aufmerksamkeit eine Form von Liebe ist, aber eine sehr schwache Form von Liebe. Und wir wollen halt die Aufmerksamkeit bekommen, um irgendwie gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um, wie gesagt, Aufmerksamkeit zu bekommen, damit wir uns geliebt fühlen durch die Aufmerksamkeit. Aber das ist halt nicht Liebe. Das ist halt nicht tatsächlich das, was du mit tatsächlich Charisma bekommen würdest, eine Form von bedingungsloser Liebe, eine Form von, wo Menschen gerne in deiner Nähe sind, wo du Menschen zum Blühen bringst, wo Menschen Spaß mit dir haben, wo Menschen inspiriert von dir sind. Das ist einfach eine ganz andere Form, die ist exponentiell stärker, als einfach nur diese billige Aufmerksamkeit, diese billige Tiefkühlpizza, die du entsprechend damit bekommst, die dich für 20 Minuten satt macht. Ja, also jammern. Jammern, Punkt 1. Rechtfertigungen. Also, Rechtfertigungen sind Dinge, wenn wir sagen, ich hätte das eigentlich, wenn die Umstände besser gewesen wären, dann hätte ich das so und so gemacht. Das ist Verantwortung abschieben. Das ist nicht Verantwortung übernehmen für dich selber. und das wirkt einfach schwach und du wirst damit Menschen anziehen, die auch Verantwortung nicht übernehmen und das sind Menschen, die auch nicht zuverlässig sind, die in ihrer Unzuverlässigkeit tatsächlich sehr zuverlässig sind und damit wirst du wieder mehr Menschen haben, über die du jammern kannst und die Menschen, die über dich jammern. Also, Rechtfertigungen sind das Nichtakzeptieren der Konsequenzen aus deinen Entscheidungen und aus Dingen, die mit deinem Leben zu tun haben. Du hast die Entscheidung über dein Leben, du hast die Macht über dein Leben und nimm sie auch. Dann ist Punkt drei der großen Drei der Negativität und das geht eigentlich damit auch schon einher, ist die Opferhaltung. Also, sämtliches andere sind schuld daran, dass ich dieses Leben habe. Zum Beispiel, dass du noch Single bist, liegt daran, am Feminismus, liegt daran, dass an diesen Alphas da vorne, liegt an der Politik, was auch immer, oder wie wir es auch schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, Frauen wollen nur dies und das in einem Mann und ich bin das nicht und so weiter und deswegen bin ich Single. Das ist alles Opferhaltung. Damit kaufst du eine Realität, in der du dich schlecht fühlst, statt eine Realität zu kreieren, in der du dich gut fühlst und genau das Leben lebst, was du haben möchtest. Genau, also, auch so Sätze wie, da kann man nichts machen, ja, muss ja, ist ja so. Ja, ja, meine Lieblingssätze. Genau. Also, einfach Beweise dafür finden, dass die Welt schlecht ist, anstatt eine bessere Welt zu kreieren. Oder auch einfach so Emotionen, Zustände wie Neid und Eifersucht. Das ist alles Opferhaltung. Eifersucht sagt, dieser Typ da vorne hat etwas, oder auch Neid ist gleich, aber Eifersucht ist entsprechend auf Personen, Eifersucht ist auf Personen, Neid ist auf Materielles und Errungenschaften. Aber wir sagen damit, diese Person da vorne, also dieser Mann da vorne redet mit der Frau, die ich gerne hätte, entweder bin ich schlecht oder er schlecht. Also, irgendetwas findet gerade statt, entweder ein Überheblichkeitskomplex oder ein Minderwertigkeitskomplex und es gibt kein Überheblichkeitskomplex, es gibt nur Minderwertigkeitskomplexe. Also, die Ausprägung von Überheblichkeit, von Arroganz ist ein Minderwertigkeitskomplex. Also, das sagen wir entsprechend damit aus und wir wollen halt entsprechend die andere Person kleiner machen oder uns größer und das ist Opferhaltung. Damit hat die andere Person, die überhaupt nichts gemacht hat, die einfach nur unschuldig ihr Ding macht, die sorgt in deiner Interpretation dafür, dass es dir schlecht geht. In deiner Interpretation, du machst dich selbst zum Opfer, obwohl diese Person nichts gemacht hat, nichts gemacht hat, um dich zum Opfer zu machen. und da gilt es dann entsprechend daran, an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, um da rauszukommen. Also, niemand findet jemanden attraktiv, der wahnsinnig neidisch ist. Niemand findet jemanden attraktiv, der, lass es mich so formulieren, der neidisch ist, der eifersüchtig ist. Das ist nicht charismatisch. Charismatisch ist, anderen etwas zu gönnen. Ach, guck mal, der hat den Erfolg, den ich auch gerne hätte. Geil, Hammer, du zeigst mir gerade, dass es definitiv möglich ist. Ja. Das ist charismatisch. Ja. Und diese, diese, diese leichte Form von Eifersucht, die, die, wo, wo tatsächlich manche Menschen sagen, so, ja, so ein bisschen Eifersucht finde ich schon gesund in der Beziehung, ist, also, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie eine Freundin mit einem anderen Kerl redet und dann ist der Mann ein bisschen eifersüchtig und geht dann nachher zu ihr und will dann mehr Aufmerksamkeit von ihr und zu Hause und das gefällt ihr dann, dass ihr Mann jetzt wieder irgendwie sich mehr Mühe gibt und dann zu Hause vernascht er sie und gibt sich Mühe und verführt sie. Wenn sie dann sagt, ja, so ein bisschen Eifersucht ist gesund, was wir eigentlich damit meinen, ist nicht die Eifersucht, die attraktiv ist, sondern es ist die Handlung, die aus der Eifersucht dann entsteht. Es ist ein gesteigertes Begehren. Der Mann begehrt dann die Frau mehr, gibt sich mehr Mühe, jagt sie dann mehr und das ist das Aufregende. Das ist, oh wow, das erinnert sie dann daran an die Anfangsphase, wo der Mann sich noch wirklich Mühe gegeben hat und nicht nach fünf Jahren Beziehung, wo die meisten dann einfach nur auf der Couch sitzen und sich keine Mühe mehr geben. Das ist, was wir dann eigentlich wollen und deswegen sagen wir ja immer wieder, dass es so wichtig ist, einer Frau auch dein Begehren zu zeigen. Ja, jetzt nicht am Arbeitsplatz deiner nächsten Kollegin zu sagen, ich will dich schlafen mit mir, das meine ich nicht, das wäre wenig Empathie zeigend, aber, dass du, wenn du mit einer Frau auf einem Date bist, dass du sie dann auch versuchst zu küssen oder ihr ein wunderschönes Kompliment machst oder ihre Hand nimmst. Also spätestens, wenn ihr im Bett miteinander seid, dann musst du zeigen, dass du auf sie stehst, weil, wenn du dann einfach nur neben ihr liegst und denkst, du hörst mir alles egal, dann wird da einfach nichts draus. Also ist doch klar, dass du irgendwann zeigen musst, dass du auf sie stehst. Und das können wir charmant schon von Anfang an machen, ohne, dass es brenzlig wird, ohne, dass die andere Person reißaus nimmt oder dich irgendwie als Creep oder sowas deklariert. Die Frage ist, wie? Die Frage ist, wie machen wir das? Und das lernst du natürlich, je nachdem, was für ein Flirttyp du bist, bei uns auch in der Flirttyp- und Charisma-Analyse. Das ist der Link, den der Dominik vorhin erwähnt hat. Das ist www.flirtanalyse.de. Denn als erstes müssen wir uns natürlich anschauen, was für ein Flirttyp bist du denn? Introvertiert, zurückziehend, bist du jemand, der bei Frauen meistens die Erfahrung macht, dass sie dich nur als besten Freund sehen? Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte, die dann einfach darauf Rückschluss geben, was deine Stärken sind und was deine noch nicht genutzten Potenziale sind. Und da kommen wir zu deinem Charisma-Potenzial, was du für dich nutzen kannst, wo da vielleicht jetzt schon Dinge sind, die du direkt in deinem Alltag bei der Arbeit oder bei deinem nächsten Zugfahrt direkt anwenden kannst und die Frau dann auch total begeisterst von dir. Das machen wir in der Flirttyp- und Charisma-Analyse. Link findest du auch in der Beschreibung. Wollen wir zur dritten Todsünde kommen deines Charismas? Jawohl. Die dritte Todsünde deines Charismas, mein Lieber, ist mangelnde Selbstkontrolle. So. Was heißt das? Keine Ahnung. Dominik, was heißt das? Ach so, das war eine Überleitung zu mir. Das war eine Überleitung zu dir. Ich wollte dir den Ball rüberspielen. Das hat sehr gut geklappt. Das war super smooth. So. mangelnde Selbstkontrolle zeigt sich zum Beispiel in also Suchtverhalten. Also weil wir halt schon so viel über auch Abhängigkeit sprechen beziehungsweise so Bedürftigkeit, Neediness. Das ist alles synonym für Abhängigkeit. Und das ist Suchtverhalten. Und Suchtverhalten jemand, der zu Suchtverhalten neigt, dabei ist die Droge egal. Also da kann halt alles zu einer Droge werden. Weil auch Negativität. Auch Negativität. Genau. Absolut. Absolut. Weil diese Negativität uns lebendiger fühlen. Es fühlt sich besser an sich zu empören als einfach apathisch zu sein, depressiv zu sein oder entsprechend sich darüber zu denken so ich bin schlecht oder das was ich getan habe ist schlecht. Das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich besser an mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder auf etwas zu zeigen, dass einem etwas schuld ist. Das ist lebendiger. Wir haben auch mal eine komplette Folge über Emotionen gemacht. Vielleicht machen wir mal wieder eine, damit du nicht so viel scrollen musst. Aber das ist es gibt im Prinzip auch nur eine Emotion und die ist Erregung und je mehr wir erregt werden, desto höher schwingen wir. Aber gut, machen wir vielleicht einen anderen Punkt nochmal. Was sind weitere Suchtverhalten? Drogen natürlich, klar, also sämtliche Formen von irgendwelchen Drogen. Pornos, Games, Essen, also vor allem auch das emotionale Essen. Also damit meine ich gar nicht mal so krasse Essverhalten so wie Bulimie und sowas oder das Gegenteil dann davon wie Anorexia und so oder was wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung geht, aber verschiedene Ausprägungen sind, sondern das emotionale Essen von mir ist gerade langweilig, ich esse mal was. Einfach weil wir die gute Emotion von Langeweile nicht aushalten können, weil wir beschäftigt sein müssen, weil Gott bewahre, wir haben mal nichts, worüber wir denken können, worüber wir nachdenken können. Wir haben mal nichts, etwas, was uns überflutet mit Hormonen. Arbeit natürlich, Workaholics kennen wir alle. Selbstverbesserung ist auch ein Punkt. Also all dieses, es gibt viele Männer, viele oder Menschen generell, aber das finden wir häufig bei Männern, die dann noch dieses lesen und diesen Kurs machen und dieses Coaching besuchen und hier Sport treiben und das machen und so weiter. und das ist alles okay, es sei denn, es kommt aus der Ecke von mangelndem Selbstwertgefühl. Weil ich nicht gut genug bin, muss ich im Außen einfach machen, 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 damit es nicht auffällt. Das ist entsprechend wie beim Nice Guy, weil er glaubt, er ist nicht gut genug und deswegen ist er maximal nett, damit er nicht kritisiert wird. Genauso wie derjenige, der abhängig von Selbstverbesserung ist, dann abhängig entsprechend davon, dass andere nicht sehen, wie fehlerhaft er ist. Das, was er gelernt hat, seine Diploma und so weiter, das sind alles Beweise dafür, dass er ja nicht schlecht sein kann. Aber das ist ein Kreislauf, also das ist Perfektionismus und das ist entsprechend versuchen, im Außen zu stopfen, das Loch, was im Innen ist. Das Loch im Innen zu stopfen mit etwas von Außen und das kann nie funktionieren. Ein weiterer Punkt, der Suchtverhalten auslöst, ist natürlich auch Fernsehschau und die ganze Zeit vor der Glotze hängen, aber auch Drama. Also, wie du auch gerade gesagt hast, Negativität. Generell das Drama suchen oder auch dann kreieren, wenn es nicht passiert. Und ja, genau, also wie, warum sind Suchtverhalten alle gleich und die Droges ist im Prinzip egal, weil als nach dem Vietnamkrieg zum Beispiel, um da die kurze Anekdote zu erzählen, nach dem Vietnamkrieg, als viele Soldaten, die im Lazarett dann in Vietnam waren, mit verlorenen Beinen und so weiter, die wurden dann behandelt mit, wie hieß es noch, Andi, wie hieß es, also es war Opium, aber es hat entsprechend einen anderen Namen, ganz bekannter Morphium, genau, wurden mit Morphium behandelt und diejenigen, die nach, die nach, die zurück dann, also die wurden dann nach dem Krieg nach Hause geschifft und so weiter und auch während des Krieges und so weiter, aber wir haben dann festgestellt, dass die Veteranen, die in intakte Familiensysteme, in ein intaktes Sozialgefüge, auch wieder einen Job hatten, die in ein funktionierendes Leben wieder zurückgekommen sind, die sind nicht an Opium hängen geblieben, an Opium und Heroin und so, die sind nicht daran hängen geblieben, sondern diejenigen, die auf der Straße gelandet sind, die Veteranen, die halt mit einem Bein, mit keinen Beinen mehr als Obdachlose dann wieder in die USA gekommen sind, das sind die gewesen, du hast vielleicht auch schon von der Opium-Krise gehört, die sind daran hängen geblieben und man hat dann herausgefunden, auch im Experiment mit Ratten und so weiter, dass das Suchtverhalten dann nicht entsteht, wenn wir ein zufriedenes, ein gutes Sozialleben führen und dazu gehört, dass wir mit uns selber im Reinen sind, dass wir mit uns selber zufrieden sind, dass für unsere Bedürfnisse gesorgt ist und dass wir auch die Macht haben, die eigene Macht haben, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann sind wir entsprechend nicht, dann haben Drogen keinen Effekt auf uns und also Drogen entsprechend um einen, den Ausweg, Eskapismus den Ausweg aus unserer aktuellen in Anführungszeichen Realität zu finden, dann hat das einfach keinen Effekt für uns, keinen Appeal, keinen Geschmack für uns, interessiert uns einfach nicht. Also das ist ein großer Punkt vom Mangel der Selbstkontrolle. Also bist du halt sehr leicht irgendwie, bist du halt dieses Fähnchen im Wind, bist du sehr leicht davon angezogen von irgendeinem Suchtverhalten, überprüfe dich da mal. Es ist nicht attraktiv, es ist nicht charismatisch, wenn du ständig irgendwie rausgehen musst, um eine zu rauchen oder wenn du jetzt nochmal irgendwie nach der Arbeit einfach noch dein Bier brauchst und so weiter. Das zu brauchen, brauchen ist immer das Wort, auf das du achten darfst. Ich brauche das gerade. Brauchen bedeutet, ich bin im Inneren nicht im Rein, ich bin nicht gut genug und ich brauche etwas von außen, um dieses Loch zu stopfen. Du brauchst nichts. Das ist das Gegenteil. Dankeschön. Nochmal, ich habe dich gerade unterbrochen. Du brauchst nicht, du willst maximal. Das ist der Unterschied. Das ist genau das Gegenteil von emotionaler Unabhängigkeit. Das ist emotionale Abhängigkeit. Du bist emotional abhängig von einem Resultat. Wenn du unbedingt brauchst, dass die Frau dich nicht abwertet, nicht kacke findet, sie muss, im Mindestmaß muss sie respektvoll ablehnen, weil wenn es nicht respektvoll ablehnt ist, dann ist es nicht gut genug. Im besten Fall mag sie mich natürlich, aber wenn sie mich nicht mag, dann soll sie wenigstens höflich Nein sagen und sie muss mich ja nicht irgendwie so abschätzig behandeln. Das ist kein Anstand von Respekt, mein Lieber. Ich weiß, wir reden uns das dann schön von wegen, ja, ich bin jemand, der mag respektvollen Umgang und es gehört sich nicht, was sie gemacht hat. Bullshit, Bullshit. Du bist einfach nur emotional abhängig von ihr. Du willst unbedingt, dass sie dich mag und wenn sie es nicht tut, dann, ja, warum mag sie mich nicht? Das ist, was hier wirklich passiert. Das ist, was wirklich passiert. Das ist auch Wiederaufverhaltung, Wiederaufverhaltung, genau dieses Jahr. Die soll dann wenigstens respektvoll sein, Olle. Ja, nee, muss sie nicht. Muss sie einfach nicht und lass uns da Verantwortung übernehmen. Also, warum tut sie es nicht? Klar, kann sein, dass sie einen schlechten Tag hat. Kann sein, dass du gerade Mundgeruch hast. Es kann viele Dinge sein, aber was ist mein Einflussbereich? Es ist das, was ich tatsächlich verändern kann und als erstes, als aller allererstes ist es, dass ich nicht diesem Suchtverhalten nachgebe. Das heißt, ich brauche nicht die positive Reaktion. Das kann ich beeinflussen. Das heißt, ich sage, ey, ich habe mich wenigstens getraut. Mega geil. Wer hier würde sich sonst noch trauen? Keiner, oder? Hey, kann ich stolz auf mich sein. Punkt eins. Punkt zwei. Welches Verhalten ist denn vielleicht die Ursache, woran ich nächstes Mal erkennen kann, dass es vielleicht besser läuft? Was kann ich denn verbessern? War ich emotional abhängig? War ich nicht leichtherzig? War ich zu ernst? War ich verkrampft? Habe ich das Gespräch nicht vorwärts geführt? Habe ich erwartet, dass sie alles übernimmt? Und habe einfach nur da gestanden und gewartet, dass sie das Gespräch für mich führt. Welche Punkte kann ich ganz genau finden, die ich verbessern kann? Und da hilft es natürlich, wenn du mit jemandem sprichst und unterwegs bist, der sich auskennt oder im Mindestmaß einfach dasselbe Ziel hat wie du, nämlich besser werden im Umgang mit Frauen. Deswegen im Mindestmaß solltest du dir einen neuen Freundeskreis aneignen, wo Männer das auch herausfinden möchten. Wenn alle deine Freunde vergeben sind und jedes Mal, wenn ihr weggeht, dann fühlst du dich verpflichtet, immer wieder mit ihnen Zeit zu verbringen, weil naja gut, ich will jetzt nicht irgendwie eine Frau ansprechen, das gehört sich nicht. Da haben wir es wieder. Also wenn deine Kumpels sich nicht freuen für dich, dass du mit einer Frau redest, weil sie sind ja schon vergeben und wenn du auch noch vergeben wärst, dann wäre es doch mega cool. Also eigentlich sollten sie sich doch dafür freuen, dass du auf eine Frau zugehst, weil könnte ja deine potenzielle Nächste, könnte ja deine Ehefrau werden und dann seid ihr alle vergeben. Wenn sie sich nicht freuen, wenn sie sagen, nee, ach, was machst du denn da, mach dich nicht lächerlich, komm mal wieder zurück, dann sind das nicht deine Freunde. Also sorry, was sind denn das für Assis? Die wollen, dass du unzufrieden bist. Das geht nicht. Das geht nicht. Da bist du dann wahrscheinlich selber wieder in diesem Gedankenkarussell, wo du dir ausmalst, dass du das nicht darfst. Du denkst dann vielleicht einfach nur, wieder komplett selbsterfundenes Szenario, selbsterfundene Probleme, dass es unhöflich wäre, jetzt wo deine Kumpels da sind, mit einer Frau zu reden. Ah, das wäre doch unhöflich. Bullshit. Wenn es meine Freunde sind, dann freuen die sich für mich. So, das heißt jetzt nicht, dass ich wie ein gestochenes Kanickel da rumrenne und alle Mädels anquatsche. Natürlich nicht. Aber wir müssen doch nicht immer in die Extremen gehen. Lass uns doch mal von einem ganz normalen Verhalten, ganz normaler Abend sprechen. Ich verbringe meine Zeit und meine Jungs, wir stoßen an, wir lachen, wir geben uns ein bisschen Anerkennung, wir piesacken uns auch und dann sehe ich da eine Frau und denke mir, wow, Jungs, entschuldige mich kurz, aber ihr muss ich einfach mal kurz Hi sagen und dann gehe ich hin, rede mit ihr fünf Minuten. Vielleicht werden aus den fünf Minuten zehn Minuten. Ich schaue zu meinen Jungs, nicke sie an, sie lächeln, prosten mir zu. Cool, verbringe ich nochmal zehn Minuten bei ihr. Dann irgendwann komme ich zurück und lade sie ein und dann kommt sie mit an den Tisch und dann reden wir alle. So, solche Situationen sind normal unter einem gesunden Männerkreis. So gehe ich mit meinen Freunden um, so gehen auch meine Freunde mit mir um. Männer, die kein Coaching genommen haben. Männer, die ich sehr respektiere. Männer, die einfach ihre Werte richtig definiert haben. Die sich freuen, wenn ich wachse. Die sich freuen, wenn sie wachsen und eine Partnerin gewinnen. Dafür sollten wir uns doch alle gegenseitig freuen. So bitte, diese drei Charisma-Tot-Sünden solltest du unbedingt vermeiden. Wenn du da Hilfe brauchst und du dir diese neuen Gewohnheiten antrainieren willst, dann weißt du, wo du uns findest. Diese Gewohnheiten, die kommen nicht von einem Tag auf den anderen. Da müssen wir einfach Woche für Woche, Stück für Stück immer wieder gucken, wie weit kommst du, wo hast du Probleme, wo hast du Schwierigkeiten. Wir setzen genau da an, wo deine Schwierigkeiten sind. Das ist Coaching, das ist gutes Coaching. Das geht über mehrere Monate hinweg, sodass du auch begleitend deine Ziele erreichst und nicht alleine auf dich gestellt. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns wird jeder begleitet an seinem Ziel. Und wenn wir mal nichts von dir hören, dann gibt es unseren Arschtritt-Dienst. Dann hörst du von uns. Wenn wir von dir nichts hören, hörst du von uns. So, weil ich weiß, dass manche Männer auch mal einen kleinen Tritt in den Hintern brauchen, manchmal mit Stahlkappe, je nachdem. So. Alleine kommt keiner als Ziel. Keiner. www.flirtanalyse.de, mein Lieber. Jetzt, jetzt darfst du dich freuen, denn jetzt ist hoffentlich auch mal wieder gutes Wetter und der Frühling hat begonnen und bald kommt der Sommer und wenn du gerade unterwegs bist in deinem Auto, dann sagen wir dir was. Fahr vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig.